Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Buschmann. Härtere Strafen stoppen Gewalt nicht. Über die Wirksamkeit harter Strafen bei politischer Gewalt. Eine tiefgehende Analyse. In der jüngsten Debatte über die immer häufiger auftretenden Gewaltakte gegen Politiker hat der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki davor gewarnt, dass harte Strafen diese Gewalt nicht umkehren. Diese Ansicht wird auch von Jan-Christopher Buschmann, dem Leiter der Opferschutzorganisation Weißer Ring, geteilt. Wie Buschmann in einem Interview betonte, wird längerfristig eher eine intensive Aufklärungsarbeit in Schulen und Gesellschaft notwendig sein, um Respekt und Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen zu fördern. Die Zunahme von Gewalt gegen Politiker hat in den letzten Jahren in Deutschland nachweislich zugenommen. Laut Statistiken des Bundeskriminalamts BKA wurden im Jahr 2018 insgesamt 1.006 848 Straftaten gegen Amtsträger gezählt. Davon waren mehr als ein Drittel Gewaltdelikte. Die Zahlen für 2019 lagen noch höher. In den meisten Fällen waren die Taten politisch motiviert, insbesondere durch Rechtsextremismus. In diesem Kontext weist Buschmann darauf hin, dass die Beantwortung dieser Art von Gewalt mit härteren Strafen nicht zwangsläufig zu einer Abnahme der Straftaten führen wird. Dies ist eine Ansicht, die auch von zahlreichen Experten in der Kriminologie geteilt wird. So argumentiert der Leiter der Opferschutzorganisation, dass härtere Strafen nicht unbedingt abschrecken. Es geht eher darum, dass Täter überhaupt erwischt und ihr Verhalten sanktioniert wird. Doch wie kann dieses Problem dann effektiv angegangen werden? Buschmann, der in der Opferhilfe und im Bereich der Prävention tätig ist, glaubt an die Kraft der Aufklärung und Sensibilisierung. Er fordert, Auch in anderen Ländern wird die Thematik der Gewalt gegen Politiker diskutiert. In Großbritannien etwa zeigte eine Studie der Interparliamentary Union, EPU, und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, PAY, auf, dass weibliche Politikerinnen besonders häufig Opfer von Gewalt und Belästigung werden. Auch hier wird gefordert, dass mehr Sensibilisierung und Aufklärung zur Prävention von Gewalt nötig sind. Diese Studien und Empfehlungen untermauern die Aussagen von Buschmann und liefern einen wichtigen Beitrag zur Diskussion um Gewalt gegen Politiker. Es ist klar, dass drastische Gesetzesänderungen und härtere Strafen allein nicht die Lösung sein können. Vielmehr müssen wir auch an unserem kollektiven Verhalten und unserer Haltung zu politischen Meinungen arbeiten, indem wir die Wichtigkeit von Respekt, Toleranz und Meinungsvielfalt betonen und fördern. Norbert Pohlmann, Professor für Informatik und Gesellschaft mit Schwerpunkt auf sicherheitsrelevanten Aspekten, betont ebenfalls die Bedeutung von Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung, besonders im digitalen Raum. Er erklärt, Hasskriminalität und Drohungen gegen Politiker nehmen insbesondere im Internet zu. Hier brauchen wir neben strafrechtlichen Maßnahmen auch eine starke Sensibilisierung der Bevölkerung und klare Hinweise auf die Folgen solchen Verhaltens. Es ist offensichtlich, dass die Herausforderung, Gewalt gegen Politiker zu bekämpfen und einzudämmen, eine multidimensionale ist. Es geht nicht nur um Strafgesetze und deren Durchführung, sondern auch, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen. Auch wenn es keine einfache Lösung geben kann, liefert die aktuelle Debatte wichtige Impulse und zeigt, dass alle Beteiligten, von Politikern über Ämter bis hin zu Bürgern, gefordert sind, an der Verbesserung der Situation zu arbeiten. Der Ansatz von Jan-Christopher Buschmann zeigt einen wichtigen Weg auf, den wir als Gesellschaft einschlagen können, um Gewalt gegen Politiker effektiver zu begegnen. Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen und Verantwortung einzufordern. Jeder Einzelne ist gefordert, Teil der Lösung zu sein, indem er Verantwortung für den eigenen Umgang mit Meinungsvielfalt übernimmt. Toleranz und Respekt gegenüber anderen fördert und eindeutig gegen jede Form von Gewalt Stellung bezieht. Quellen, Interview mit Jan-Christopher Buschmann, Leiter des Weißen Rings, Statistiken des Bundeskriminalamts, BKA, Studie der Interparlamentarischen Union, EU und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Aussagen von Norbert Pohlmann, Professor für Informatik und Gesellschaft. Autor Anita Faker, Freitag, 10. Mai 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.